Musik Moin Leute, heute zu einer kleinen Labarababa, sagen wir Labarababa, ja, Arcade-Rund. Ich bin Lumi und wir werden heute mal ein bisschen reden und dabei spielen. Denn ich habe so ein bisschen was zu erzählen. Bzw. ich wollte eigentlich einfach spielen, aber dann habe ich ein paar Folgen aufgenommen. Und in den letzten Folgen habe ich so viel gequatscht, dass ich mir gedacht habe, das haue ich jetzt einfach mal hier in eine neue Folge rein. Und das passt besser. So, eigentlich wollte ich mit Fenro aufnehmen, aber Fenro hat dann gesagt, ne, kann ich nicht, muss ich nicht, wollte ich nicht oder so. Also er konnte einfach nicht, also er wollte ja schon, aber er konnte nicht. Und deswegen muss ich jetzt alleine spielen. Ich hoffe, dass das okay ist. Und dass es euch irgendwie nicht stört, weil ich habe einmal und mein ganzes Leben mein einziges Mal einen Abonnenten verloren. Oh ja, das war geil. Oh, nein. Ein einziges Mal. Und das war, der hat mich deabonniert, während er das Hunger Games Video geschaut hat, das dritte, wo Fenro nicht dabei war. Und ich sehe das sozusagen als Nachricht nochmal so, äh, ich bin nur mit Fenro, viel besser und so. Und, und ja. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich das auch einfach mal. Ich weiß ja, äh, ja, ich wollte das ja auch einmal machen, aber das ging ja dann nicht immer. Und, ach komm, das war knapp. Ähm, es geht ja nicht immer und deswegen muss Herr Mann halt es auch so aushalten. Ich weiß, es macht mehr Spaß, wenn andere Leute mitspielen, weil ich dann nicht so viel, nicht so langweilig rede und weil es dann lustiger ist. Aber, ähm, äh, nein! Shit! Es war knapp! Aber, äh, ja, ich wollte es mal sagen. Und was ich noch sagen wollte, äh, ihr habt ja gesehen, falls ihr heute das Video gesehen habt, den fünften Sportteil, den ich, äh, heute, ja, bei mir jetzt gerade heute hochgeladen habe, ähm, den habe ich relativ morgens vorge- äh, hochgeladen. Denn ich habe nämlich mir gedacht, komm, während ich in der Schule bin, benutze ich keiner. Das enthält, wenn meine Schwester, äh, auf der Arbeit ist, meine Mutter ist, ähm, auf der Arbeit, mein Vater ist auf der Arbeit, dann kann ich ja auch einfach mal die Zeit nutzen, um ein Video hochzuladen. Und das hat sehr gut geklappt und dann habe ich mir überlegt, ich könnte es ja so machen, dass ich jeden Tag ein Video einfach hochlade, während ich, ähm, in der Schule bin. Oh, nein! Das, jetzt bin ich tot. 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 Geh weg! Geh weg! Ach, okay. Ähm, weil, weil ich, ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Time, weil ich habe ja halt nicht so schnelles Internet und, ähm, wenn ich den Mittag hochlade oder so, dann, äh, ist das ganze Internet lahmgelegt und keiner macht was und, äh, keiner kann was machen, das ist dann halt nicht so toll für die ganze Familie. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, dann lad's halt da hoch. Und, äh, ich hoffe, dass es euch nichts ausmacht, wenn es so früh ist oder so, weil ich, vielleicht ist es ja ganz gut, der kommt ja aus der, von der Schule nach Hause oder von der Arbeit oder wer auch immer halt das Video schaut, dann kann ich sofort ein Video anschauen. Das ist doch schön. Ähm, wie gesagt, voraussichtlich jeden Tag. Äh, wahrscheinlich nicht, weil ich nicht die Zeit dazu finden werde, äh, so viele Parts aufzunehmen, aber... Ah, ich hätte mich noch umdrehen müssen! Aber wie gesagt, voraussichtlich. Also, ich will jetzt nicht viel versprechen oder so, aber ich, ich sag's jetzt einfach mal und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht irgendwie dann ausflippt, wenn ich dann nicht jeden Tag was hochlade. Aber ich mein, ich hab ja jetzt auch nicht so eine riesige Fangemeinde sozusagen, dass da so viele Leute ausflippen werden würden, also... Denken wir mal drüber nach, also... So, äh, und vom Labern... Nein! Ist jetzt doch eigentlich alles Paletti, ne? Was? Okay! Gut, nächste Runde. Dann mach einfach die nächste Runde nochmal hinten dran, äh, wo wir richtig spielen, so richtig schön. Und dann geht das auch so... So, ich hoffe, dass ich nicht gekickt werde, aber ich spiele auf deinem Apportum als nächstes. Und ja, ähm, was ich mir jetzt erzähle, wo ich gerade so schön rede, kann ich dir noch ein bisschen mehr erzählen, was so meine Pläne sind und so ein Zeug. Äh, was ich mir alles noch vornehme. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht die Klingel gehört, weil irgendjemand gerade klingelt. Um, um, um Viertel nach neun, das ist ein bisschen spät, ne? Das ist schon meine Schwester. Okay, ähm, was ich mir noch vorgenommen habe, also ich habe an Spielen der Zeit, äh, welche, die eher euch interessieren würden, wäre zum Beispiel Portal 2. Und was ich nicht habe, ist Portal 1, also den ersten Teil, den ich gerne mal spielen möchte. Ähm, und da habe ich mir gedacht, dann kann ich ja mal, das sind, glaube ich, gerade 10 Euro, die kann ich ja mal investieren. Ach, nein, die kann ich ja mal investieren, für mich selber zum Spielen und für euch zum Spielen. Dann könnte ich ja mal eine Portal-Reihe sozusagen anfangen. Also ich spiele Portal 1. Ach, nö, dann spiele ich Portal 2 durch und dann habe ich ja schon mal eine ganze Reihe, äh, eine ganze Weile, ähm, Let's Plays hier, die ich, äh, hochladen beziehungsweise benutzen kann. Und das ist ja einmalhin was. Das ist ja gut, ne? Und ich werde kein von meiner Schwester-Gruppe. Was ist? Okay, ähm, meine Hilfe wird benötigt. Das, ich glaube, ich bin eh gerade tot, oder? Ne, gleich, okay, dann sterb eh gleich, ich, ich mach das ganz schnell. Äh, dann, dann, dann werde ich schnell spielen hier. Muss ja in der Familie helfen. Okay. Nein, daneben. Shit. Ich bin langsam, ich bin langsam und ich bin gleich sowas von tot. Ich bin langsam, ich bin langsam und da oben ist ein Spider-Man. Hey, Spidey, Spidey, Spiderman, Spidey, Spiderman, du bist jetzt tot, du bist so tot. Was machst du da? Was, was läuft da um den Pilz rum? Nein! Ich bin echt schlecht. Nein, nein, okay. Gut, Leute. Ähm, wie gesagt, meine Hilfe wird benötigt, deswegen macht das einfach mal ganz schön schlecht los. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Survive Minecraft oder irgendein anderes Let's Play. Bis dann!